Hey Leute, in diesem Video erfährst du erstmal, wie man einen Wunschgutschein bei verschiedenen Shops wie zum Beispiel H&M oder auch Amazon ganz einfach einlösen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Das Einlösen von einem Code, egal ob auf einer Geschenkkarte, vom Kassenbon oder auch per E-Mail, funktioniert am PC und auch am Smartphone, egal wie hoch der Geldbetrag ist, relativ ähnlich. Weswegen ich das Ganze zur besseren Veranschaulichung einfach einmal am PC zeige. Zuerst einmal müssen wir einen beliebigen Browser öffnen, in meinem Fall ist das Google Chrome und anschließend gehen wir hier oben in der Adresszeile einmal www.wunschgutschein.de ein. Dann kommen wir nämlich auch schon zur offiziellen Webseite und hier können wir auf der rechten Seite schon den Reiter Gutschein einlösen sehen. Da klicke ich jetzt einfach mal drauf und wir sind auch schon auf der richtigen Seite gelandet. Als nächstes müssen wir mal unseren entsprechenden Code erhalten. Ich habe jetzt so eine Geschenkkarte im Geschäft gekauft, weswegen ich das Ganze auch schon geöffnet habe und auf der Rückseite erkennen wir jetzt auch schon ein kleines Feld, was wir anschließend noch mit einer Münze vorsichtig freirubbeln müssen. Und darunter sehen wir dann auch schon, ist unser Code versteckt. Den gebe ich jetzt einfach mal hier links in das entsprechende Feld ein. Wichtig ist, man muss unbedingt darauf aufpassen, dass man die beliebten Fehler, wie zum Beispiel das Vertauschen von einem großen I und einem kleinen L oder auch das Vertauschen von einer Null beziehungsweise einem großen O vermeidet. Wenn es aber passt, so wie in meinem Fall, dann muss ich hier mal noch bestätigen, dass ich kein Roboter bin. Ich denke, das sollte auch passen und auf den entsprechenden Button Gutschein einlösen klicken. Normalerweise sollte sich danach gleich ein Bestätigungsfenster eröffnen. Die Codeeingabe war korrekt und mein Guthaben beträgt 25 Euro, so wie es auch sein soll. Das auf der linken Seite benötige ich in meinem Fall jetzt nicht, da ich nämlich das Guthaben einfach meinem Amazon Konto gutschreiben möchte. Und deswegen klicke ich mal hier rechts noch auf den Button Weiter zur Partnerauswahl. Wie du sehen kannst, gibt es hier mittlerweile sehr viele Partner und wir haben jetzt auch noch die Möglichkeit zu entscheiden, ob wir das Ganze zum Beispiel am Ende nur online einlösen möchten, da wir einfach Amazon der Klassiker, so wie ich es ja gleich machen werde, oder ob du den Gutschein auch in einer Filiale direkt einlösen möchtest. Hier können wir zum Filtern auch einfach mal noch draufklicken. Da würde ich sagen, ist auch der Klassiker H&M. Da müssten wir jetzt einfach mal hier noch draufklicken und wir könnten jetzt in unserem Fall das Ganze sofort anfordern. Bedeutet, ich bekomme per E-Mail anschließend noch einen Gutschein in Höhe von 25 Euro von H&M zugeschickt. Den kann ich dann einfach ausdrucken und in die nächste Filiale gehen und natürlich dann am Ende bei der Kasse einfach vorzeigen und er wird dementsprechend auch angerechnet. In meinem Fall möchte ich das Ganze jetzt nicht machen, sondern am Ende nur online einlösen. Da können wir auch einmal rechts oben in der Suche Amazon eingehen, klicke ich jetzt auch auf Amazon drauf und möchte einfach diesen 25 Euro Gutschein anfordern, weswegen ich auf den entsprechenden Button auch einmal draufgehe. Wir erhalten nochmal die Information, dass der Versand jetzt auch einige Zeit dauern kann, also hier keine Panik bekommen, wenn der Gutschein nicht nach einer Minute schon in deinem Postfach ist und dass du natürlich jetzt auch, nachdem du hier unten draufklickst, nicht mehr den Shop ändern kannst. Denn dann hast du einfach diesen Gutschein erhalten. In meinem Fall bin ich mir auf jeden Fall sicher, weswegen ich auf dem Button, ich habe den Hinweis gelesen und möchte hier einlösen, einmal draufklicke. Anschließend müssen wir hier oben noch unsere Daten entsprechend richtig angeben und natürlich auch die E-Mail-Adresse eintragen, wo der Gutschein anschließend hingeschickt werden soll. Dann werde ich noch gefragt, ob ich das Unternehmen bereits kenne. Ich möchte dazu jetzt einfach mal keine Angaben machen und ich möchte auch keine Information per E-Mail von Wunsch Gutschein GmbH zugeschickt bekommen. Bei mir passt es, weswegen ich einfach mal auf Absenden und Gutschein anfordern klicke. Sofort danach erhalten wir die Bestätigung, dass der Gutscheincode auch an die entsprechende E-Mail-Adresse gesendet wurde und wie gesagt, das kann jetzt einfach noch einen kurzen Moment dauern. Nach circa 5 Minuten ist der Wunschgutschein auch schon in meinem Posteingang gelandet. Es kann natürlich auch sein, dass er bei dir zum Beispiel ein Junk-E-Mail oder auch im Spam-Ordner am Ende sich befindet. Deswegen da unbedingt auch mal darauf achten. In meinem Fall kann ich jetzt aber mit gutem Gewissen einfach mal diese E-Mail hier öffnen. Dann sehen wir auch schon, dass ich auf den nachfolgenden Link klicken muss, um meinen Gutschein zu erhalten. Und als nächstes muss ich noch auf den Button Code entschlüsseln und Anzeigen klicken, denn dann bekomme ich auch schon meinen Gutscheincode von Amazon, den wo ich jetzt dort auch dementsprechend eingeben kann. Ich habe zwar schon mal ein ausführliches Video gemacht, wie man den Code bei Amazon einlösen kann, doch jetzt nochmal im Schnelldurchlauf den entsprechenden Code einfach mal kopieren, anschließend hier unten drunter draufklicken, dann gelangt man auch schon zu dem Amazon-Shop. Dann können wir hier oben einmal noch auf mein Konto draufklicken. Da ist jetzt diese allgemeine Übersicht und wir sehen auch schon den Reiter Geschenkgutscheine, wo ich auch einmal noch draufklicken kann. Jetzt sehen wir auch schon etwas versteckt den Button Geschenkgutschein einlösen. Da klicke ich einfach mal noch drauf. Wir haben das Feld, wo wir das Ganze eingeben bzw. einfügen können und anschließend noch auf dem Button Ihrem Konto Gutschreiben draufklicken. Danach erhalten wir sofort die Bestätigung, dass die 25 Euro auch Ihrem Konto jetzt erfolgreich gut geschrieben wurden. Und somit haben wir auch einen Wunschgutschein dementsprechend richtig eingelöst. Falls du dir übrigens einen Wunschgutschein für dich oder auch zum Verschenken an Freunde zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link draufklicken und dann kommst du auch schon zu Amazon, zur offiziellen Webseite, wo man das Ganze jetzt in verschiedenen Varianten sich zulegen kann. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.